Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Top-Partien-Prediction. Die wird jetzt auch ein bisschen schneller gehen, weil ich habe das schon investiert. So, deswegen zeige ich euch einfach mal. Der erste kommt aus der argentinischen Liga. So, das ist das hier gegen Lanos. Erste Mannschaft. Nächste ist aus der MLS. Dynamo gegen LA Galaxy. Haben wir auch bei zwei Spielern. Wie gesagt, ich kaufe dann immer auch noch von der Liga ein paar Goldspieler. So habe ich mir einfach ein paar 400 mitgenommen. Nämt euch da auch einfach ein paar mit. Nächste ist aus der koreanischen bzw. japanischen Liga haben wir auch was. Tokio spielt gegen, der auf den letzten, der letzte Verein. Yokohama passt auch. So, Kolumbien haben wir auch ein Team drin. Spielen die hier. Man hat sehr, sehr viele Gold. Spielen gegen Milanias oder wie man die ausspricht. So, koreanische Liga spielt das Team hier. Gegen die hier. Wie gesagt, Freunde, ab nächstem Mal kommt das wieder ausführlicher. Aber sonst hätte ich das jetzt nicht mehr gepackt, das zu bringen. Und letzte Duell müsste aus Norwegen sein. Das müsste mal da hinten sein. Da spielen diese Kollegen hier. Gegen Großburg. So, da haben wir auch genug. Wie gesagt, Freunde, ihr holt euch einfach auch von der Liga noch ein paar Spieler. Am besten hochbewertet. Ihr seht hier 70er ungefähr so. Würde ich euch empfehlen. Das wäre es dann mit dieser Top-Partie im Britishen gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es so kurz war, gebt es sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Lieben, Freunde. Bis die Tage, meine Lieben, Freunde.